Hey und jetzt kommen wir zur elften Folge von Fight3. Jetzt werden wir joinen und mal schauen, was wir den ganzen Equipment machen, ne? Ja, und uns weiter Equipment durch den Neter. Ja, was? 3, 2, 1, go? Ja, ich versuche einen Shop 5 vorzubereiten oder vielleicht sogar ganz zu schaffen. Die wurden genau da gekickt. Ach, hast du Pfeile bekommen? Ja, 51. Boah, wie viel Gold. Ja, richtig heftig. Ich muss mal schauen, was ich da alles drinnen habe. Ich brauche eins, das brauche ich jetzt auch nicht mehr. Ich brauche eins, das brauche ich auch nicht. Schärfe? Ja, okay, das brauchen wir aber leider nicht mehr. Ist die Inguardia schwer? Ich werfe den ganzen Iron-Stuff weg, das brauchen wir eigentlich nicht. Das verbrenne ich mal. Ja, lol. Das ist zwar witzig, aber stimmt. Ich brauche auf jeden Fall mehr Äpfel bei dem Ganzen, was du gerade gerade kriegst. 4, haben wir schon. Stärke 2 Bogen. Ja, können wir mal mitnehmen zum Leveln. Warte, ich gebe das dir, den Stärke 2 Bogen. Mit dem kannst du Stärke 3, 4 machen. Hey, hast du jetzt jederartige Ofen fertig gemacht? Full-Ware, Manni. Rückstoß-Schwert braucht auch niemand. Ich glaube, ich gehe auf Hose, lieber. Hä, ich kann eine Schutz-3-Stiefel machen. Power 1, weil warum finde ich das nicht an? Power 2, Power 2, den mache ich mal. Warte, wir haben da noch Zuckerrohr. Oh, lass das zu viel Zeit beschwenden. Baut du schnell die Grabsteine. Ja, stimmt. Ich passe dann auf die Öfen auf und dass wir alles dabei haben. Ich haue dann hier noch ein paar, nehme noch ein paar Steine mit. Das habe ich. Einen Amboss. Einen komplett guten. Dann gebe ich dir noch einen Amboss. Du kannst selber einen Amboss nehmen und einen eigenen Verzauberungstisch. Den droppe ich dir auch noch. Zack. So eine Werkbank nehme ich mal mit. Eisenerz brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Warte, hier. Ich droppe dir noch einen Amboss. Das ist der Beschädigte. Ja. Wenn der kaputt geht, benutzen wir einfach den anderen. Dem füllen zu viele Sachen, halt. Ja. Essen lasse ich erstmal da. Das ist ungeschmolzen. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Boah, richtig viel Holz. Saftig. Du kannst alles braun, was geht. Brauchen wir eigentlich auch nicht. Oh, die chest ist so voll. Ich verbrenne mal Fäden. Ja. Ja. Weiter. Ich habe eine gesammelt, die ich verbrennen wollte. Die war es leider. So, jetzt bin ich ready. In und nicht weiter. Ich muss so viel. So, ich sage mal das ganze Gold jetzt haben. Haben wir noch Äpfel? Vier Stück habe ich mir da, ja. Warte, ich droppe dir dann vier, äh, so viel Gold für vier Äpfel. So, den Rest schmeiß ich mal in die chest rein. Sack. Oh, ey, da ist es so gut. Oh, dieses Skelett mit der Rüstung. Ah, wie viel wir brauchen fixen auch vier Äpfel, gell? Ja, lass das Zeug dann mal aus dem Öl rausnehmen, ey. Das braucht echt viel Zeit. Ja, okay. Wir haben jetzt schon wieder nur noch zwölf Minuten. Ja, ihr holt aber noch Äpfel. Okay. Ja, boah, das wird schon wieder nichts. Aber lass noch drinnen, solange ich da bin. Aber du kannst ja vorausscannen, es kommt dir keiner. Okay. Ich habe alles reingedroppt in die chest. Ja. Hab alles dabei. Hab halt nur die... Ja, ich nehme, ich mache jetzt noch vier Äpfel Farme, oder? Sack. Ich nehme noch Eisen auf, ist das? Was mit? Keine Ahnung. Bisschen, Mann. Ähm, Farme. Wie viele Äpfel, äh, meinst du? Ich habe jetzt schon fünf. Wie viel soll ich nicht machen? Ähm. So, um die acht. Acht wären gut. Okay, sechs habe ich schon. Okay, ist jetzt die voll schon. Sieben. Ah, da wäre noch cool. Hey, das ist richtig cool. Wie viele Pfeile hast du jetzt mittlerweile? Ah, da 50. Boah. Ich habe 20. Cool. So, das haben wir jetzt A genug. Ja, aber bei dir passt es, wenn du die vielen hast. Weil du dann Power 4 machst, hoffentlich. Bist du Schneider, ne, da? Gleich. Ich werfe mal das Leder weg. Ich mag das überhaupt nicht, wenn mein Inventar... Ja, wieso? Keine Ahnung. Zuckerwar. Wiem nur noch zwei Zuckerwar? Wie geht denn das? Ja, ich habe noch drei Bücher gemacht. Okay, Lor, was hast du gekriegt drauf? Weiß ich noch nicht. Ich habe die noch nicht verzaubert. Okay. Hey, zufrieden. Soll ich die auf Level 1 verzaubern? Ja, ne? Mach ich gleich. Schärfe brauchen wir nicht. Schärfe, Alter. Zwei Schärfe. Zwei Schärfe. Du kannst Schärfe das 4 machen dir. Oh mein Gott. Oh, Alter, okay. Ey, nehmen wir das Schärfe-Schwert aus der Team Chess mit. Äh, ein Schärfebuch. Da ist eins mit Schärfe und Stärke oder Schutz oder irgend sowas. Wo zwei entscheiden, wenn sie drauf sind. Schärfe oder sowas. V1 ist Schärfe, ja? V1 nehmen wir mit. Nein. Irgendwas hat er zerstört. Ist der unscharfe oder? Komm schnell zum Netapporteur. Wieso? Ich habe heute kein Feuerzeug. Hm, ich war gerade doch Erwands. Armbauer. Was will noch mitnehmen? Ich muss irgendwas noch mitnehmen. Armbauer 2. Die Folge ist das so verschwendet. Ja, ja, jetzt kommt der da. Komm schnell. Hä, sind die ausgeschieden? Weil da ist noch ein... Dings. Noch eine chest. Ich kenne mir gerade die ganze Lever vom Gurtbraten. Okay. Ja, guck mal. Ich kann ohne dich nach den Neta gehen. Jaaaa. Du sagst es einfach, dass laute Items geht gerade über. Ja, sorry. Noch mal zurück. Zehn Lever nämlich schon. Alter. Ja, bist du immer noch an den Dingschiffs? Ja, ich komm. Ja, ich komm jetzt. Ey, war aber viel zu viel. Alter, schade. Ich mache zu viel Sachen. Okay, ich glaube, ich renne hoffentlich richtig. Ja, einfach Richtung 0-0. War wie vor? Die Skelete haben einfach verzögerte Bögen. Mein Schlapp hier ist gleich kaputt. Okay. Und das Skelett hat einfach einen Schlagbogen. LOL. Es fußte mich so weit weg, dass ich es nicht angreifen kann. Ich bin beim Spawn auf jeden Fall. Okay. Wow. Ich kill drei Skelette. Zwei davon haben einen verzauberten Bögen. Und das ohne verzauberten Bögen droppt es. Hast du schon geplaced? Ja. Das geht nicht. Ach man. Hey, was? Es ist ja kaputt. Ja, wow. Weil das so kein normales ist. Ey, hat es nicht geheißen, am Spawn darf man nichts abbauen? Eigentlich schon, aber das sind Belohnen. Ja, wow. Und man darf kein eigenes Net-App-Portal machen. Na, darf man nicht. Oh man, also das ist jetzt wieder mal richtig komisch. Jeb. Team Chess geht nicht mehr auf. Hey, was sind wir denn jetzt machen? Ich kann nicht so gar nicht abbauen, Alter. Oh man. Warte, ich gebe dir mal die Schärfe, äh, Schärfe. Hey, da ist so viel geiles auf dem Platz, wie du durst. Ja toll. Können wir jetzt absolut nichts machen. Na, wie kommt man da ein, Alter? Ja, geht ja nicht. Weil wir dürfen kein eigenes machen. Aber das ist ja zerstört und lässt sich nicht mehr hinzu. Ich kann auf jeden Fall schon mal Summoned Craften. Ich kann nur noch ein Level, Alter, dann kann ich Power 3 nochmal machen. Okay. Nochmal Power 3, heftig. Hm. Wie viele Level kosten das? Ich glaube 12. Boah, als ob du so viele Level hast. Ich bin 11, ja. Aber es ist ja frech, Alter. Wie kommen wir da jetzt nicht rein? Und es geht bis wir das zusammengebaut haben. Ja, ja. Ich baue hier Dias. Das ist echt unfair. Dann baue ich hier eine Hacke. So, da fängt sie an. Hey, was du... Ich baue mir jetzt ein bisschen Level. Brauchst du Gaps? Ich habe 18. Ähm... 18 Gaps? Ja. Was? Ja, ich würde schon welche nehmen. Hey, was machen wir schon wieder? Das ist ja frech. Warum funktioniert nie was? Außer die Fights. Ey, komm. Wie viel brauchst du? Hm... Ich habe 6 Stück. Dann nehmen wir mal. Vielleicht ist es schon richtig. 5 oder so. 12? Wie viel hast du? Ich habe 12, ja. 11. Achso. 12 Level, geil. Der Scheiß. Hier ist wieder eine Chest. Hä, alles keine fallen. Ich habe jetzt Power 3 und Power 2 Bogen und Power 3 Bogen, Alter. Ich baue jetzt 14 Levels. Hä, wie? Power 2, Power 2 und Power 3? Ihr habt 2x Power 3 und 1x Power 2. Achso. Ja, dann brauchst du den Power 2 ja gar nicht. Na. Och, Mann. Hä? Wieso... So... Okay. Sollen wir das nicht reparieren? Ja, ich weiss auch. Ich renne mal Levels Farmer und da, aber das funktioniert so schlecht. Und auf der Map... Acht Level. Jetzt habe ich Schutz 2... Ähm... Schutz 2 Eisen. Leuk! Ne, Tier. Äh? Was laber ich? Schutz 2 Tier Hose. Ja. Warum? Hä, was hast du für einen Brustpanzer? Wie ist der verzaubert? Projektil 2. Projektil. Achso. Ja, ich habe doch einen Schutz 1. Okay. Aber... Protector Protection 2 ist auch nicht schlecht, wenn man es einmal hat. Wo ist eigentlich unsere Kiste? Weil ich laufe wieder zur Kiste. Mh... Minus 200, minus 270. Okay. Das ist eine Hexefluchtoption. Ein Heilungstrank. Ich finde es ganz schön, dass wir nicht in den Nieder kommen. Ja. Und wir können halt nicht mal was dafür. Na. Eben nicht gedacht, dass wir den spawnen hin machen dürfen. Hä, wie? Achso. Dürfen wir auch nicht. Okay. Da stand ja in den Regeln, ähm... Abbauen am Spawn ist verboten. Mhm. Und die haben ja das Niederportal abgebaut. Anscheinend, ja. Naja. Ich habe jetzt wieder fast einen Stack. Äh... Fleisch. Hä, ich renne komplett falsch. Wo ist das? Wo ist das? Minus 200. Minus 270. Hä, ich bin ja komplett tripp. Ich brauche einfach 8 Level. Ich krieg keine Levels zusammen, Alter. Äh... So bei normalen Mobs. Bei mir geht's sogar. Minus 200. Das müssen wir gleich gekickt werden. 8 Level. Ja, 8 Level kosten die scheiß Boots Level 2. Äh... Mit Protection 2. Ja, das hatte ich noch auf dem Slot. Ach, Herr Böcke. Hey, ich krieg so Null Levels zusammen. Immer noch 2 Minuten, Mann. In der Zeit hätten wir schon lang einen Platz im Netter gefunden, wo wir jetzt farmen könnten. So ist es, ja. Ey, ist echt schott. Hallo, Q. Du hast gerade nur Monsterkill? Ja, lauter scharfe Kühe. Ich bin erst Level 2 da durch geworden. Ich bin Level 4 jetzt. Und hab davor schon... in der Nacht halt viel gefahren. Hab da noch ein... Schutz 2 Teil gemacht. Ich bin jetzt komplett Schutz 2. Okay, cool. Okay, cool. Das ist gut. Ich verbrauchte mal gute Schwerte, Alter. Eine Sache kann ich noch auf Schutz 3 machen, dann bin ich echt heftig equippt. Vor dem Kampf war ich einfach, ich glaub, ein Teilschutz 2. Bei mir sind verdammt viele Schafe. Ich geh einfach wieder Levels farmen, indem ihr irgendwas anbrotet, was ich gar nicht brauche. Ähm, jo. Bei mir spott halt so viel. Sogar mal ein Chicken. Für Fehler. Ich hab einfach übern Steak Fleisch jetzt. Hey, und wir haben anscheinend unser ganzes Goldbrotten. Das ist gut. Ja. Wir kennen ja nicht einmal... So viel Goldäpfel, das ist ja krass. Wir kennen ja nicht einmal ähm, unser... Ding? Ich kann nicht mal labern. Unser Diaspitzhacke machen. Ähm. Haben wir gar keine Dias mehr übrig. Brauchst du dir Sharp 3 Iron Swatten, oder? Ne. Hä, haben wir noch eins? Ja. Ne. Ich hab nämlich 2 dabei und 1 Schärfe 4. Das reicht für meinen Schärfe 5. Geil. Okay, wir werden gekickt. Na. Noch mal essen. Schärfe 4 mitnehmen. Zack. Ja, das war eigentlich ne gute Folge, ne. Ja. Also... Jo Leute, das war die elfte Folge. Leider konnten wir nicht in den ETA gehen. Können wir nichts machen. Das müssen wir nochmal abklären. Ja, und dann würde ich sagen... Wenn es euch gefallen hat, schaut beim Alex vorbei. Lasst ein Like da. Und dann... Ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao. Servus. Bye, Bye. Bis zum nächsten Mal.